Das ist nicht damit getan, diesen Zaun einfach aufzubauen. 7.000 bis 8.000 Volt auf unseren Zäunen. Dass die Wölfe gelernt haben, diese Herdenschutzhunde auch auszutricksen. Und ein Wolf vorbeikommt, diesen abzuschrecken. Dass die Wölfe, die lenken an der einen Seite die Herdenschutzhunde ab und das restliche Rudel greift an der anderen Seite an. Es geht in das Wettrüsten. Untertitelung des ZDF, 2020